Nein, dieser Machtwechsel in Corona-Zeiten ist nicht geglückt. Überlastete Kliniken und die vielen Toten täglich zeigen, dass die Alte wie die voraussichtlich neue Regierung es monatelang versäumt haben, das Land zu schützen. Die Kanzlerin hat recht, es ist absurd, die epidemische Notlage jetzt auslaufen zu lassen. Aber wo war eigentlich ihr Machtwort, als Gesundheitsminister Spahn genau das vor einem Monat forderte? Wieso hat sie in Wahlkampfzeiten oder dann geschäftsführend mit Vizekanzler Scholz eine kraftvolle Booster-Kampagne nicht zur Chefsache gemacht? Merkels respektable Kanzlerinnen-Geschichte endet mit einem folgenschweren Versäumnis. Und bei der Ampel ist der Anfang nicht besser. Wochenlang hat sie sich zur Selbstfindung zurückgezogen, statt rasch in der vierten Corona-Welle Verantwortung zu übernehmen. Sie hat sich dem Druck der FDP gebeugt, Maßnahmen wie Ausgangssperren und flächendeckende Schließungen von Geschäften, Schulen und Kindergarten ganz grundsätzlich vom Tisch zu nehmen. Das ist angesichts der galoppierenden Infektionszahlen töricht. Unser Staat schreibt jedem Autofahrer vor, einen Sicherheitsgurt zu tragen, schützt also Unvernünftige vor sich selbst. Das darf, ja muss er, erst recht in einer systemischen Gesundheitskrise tun. Umso mehr, weil es eben auch und vor allem um den Schutz der anderen geht. Es ist jetzt Zeit zu sagen, Impfverweigerer, jetzt reicht's. Querdenker, Trotzige, Esoteriker, sie leben ihren Eigensinn aus, zu Lasten besonders gefährdeter und des Krankenhauspersonals, jedes Unfallopfers oder Herzinfarktpatienten, die ein Bett auf der Intensivstation brauchen. Zu Lasten aber auch all derjenigen, die sich ganz einfach auf den nächsten Weihnachtsmarkt gefreut haben. Wer Solidarität verweigert, zerstört das Gemeinwesen. Das aber muss der Staat jetzt vor allem schützen, mit allem, was dafür nötig ist.